Deutsch lernen durch Hören Schweizerdeutsch Endlich sind Sommerferien. Tom möchte die Zeit nutzen und will seinen Freund Andreas besuchen. Er hat früher in Hamburg gewohnt und mit Tom zusammen Jura studiert. Aber jetzt wohnt er wieder bei seinen Eltern in der Schweiz. Deswegen können sich die beiden nicht oft sehen. Tom setzt sich in den Zug und fährt nach Bern. Sein Freund Andreas wartet am Bahnhof auf ihn. Hallo Tom, schön, dass du da bist, begrüßt er ihn. Hallo Andreas, mich freut es auch sehr. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, antwortet Tom. Das stimmt. Komm, ich zeige dir meine Wohnung. Die beiden Freunde fahren mit einem Taxi zu dem Haus von Andreas. Er wohnt im ersten Stock. Unter ihm wohnen seine Eltern. Wow, das ist ja toll, sagt Tom und sieht sich die Berge an. Ja, ich finde es auch sehr schön. Im Winter kann man hier sehr gut Ski fahren. Die Piste ist nur 15 Minuten entfernt. In diesem Moment kommt die Mutter von Andreas in die Wohnung. Grüezi, du bist bestimmt Tom. Ich bin Sabine, die Mutter von Andreas, sagt sie. Grüezi? Das Wort kenne ich gar nicht, antwortet Tom überrascht. Das ist Schweizerdeutsch, erklärt Andreas. Es ist so ähnlich wie Deutsch, aber viele Wörter sind auch anders. Grüezi heißt Hallo. Oh, wie cool, das wusste ich nicht. Hallo Sabine, sagt Tom. Könnt ihr mir noch mehr Wörter erklären? Ich will Schweizerdeutsch lernen. Andreas und Sabine lachen. Ja, sehr gern. Ich kann dir ganz viel beibringen, sagt Andreas. Deutsch lernen durch Hören Ich bin zurück. Ich binции ironisch. Meinabend,odor